Da machst du wohl recht, Herr Minak. Dann hol mir doch mal schnell meine Stiefel aus dem Haus. Wieso ich denn? Kannst du doch selber machen. Minak, ich erklär dir das noch mal. Ich bin der Bauer und du tust gefälligst, was ich dir sag. Ach so. Also los, hol meine Stiefel. Tag, Mädels. Der Bauer hat gemeint, ihr sollt euch nackig machen, damit ich euch beiden das mal so richtig besorgen kann. Jetzt glaube ich nicht, dass der Bauer das gesagt hat. Wenn ihr mir das nicht glaubt, ich werde den Bauer ja noch mal fragen. Ey, Bauer, alle beide? Natürlich beide. Feierabend!